Ein neuer Renault Twingo ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Kleinwagen hat 5 Türen und bietet 4 Sitzplätze. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 69 PS. Er wird über ein 5-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017